Schnappen wir uns nämlich hier die Dinger. So, erstmal hätte ich gerne... Okay, ja, den Stein sollten wir noch anschließen, wenigstens ein Teil davon. Die brauchen wir so an, die fünf von denen. Und ja, Kupfer kann ich hier wegleiten, Eisen und Kohle werde ich wahrscheinlich hier drüben wegleiten. Übers Steinfeld. Also ja, ich kann Belts zum Glück auch auf... Achso, das ist nur Gimmick hier. Eisenplatten habe ich, ich habe Circuits genug. Denke ich jedenfalls... Nein, wählen wir noch ein Circuit. So, nehmen wir einen hiervon. Brauchen wir Iron Gears mal wieder. Stellen wir mal wirklich hierher. Na komm, dann klaue ich hier und hier die Sachen mal raus. Nehmen wir hier die Zahnräder. Ich brauche pro meiner fünf. Also brauche ich zwanzig. Und wir haben schon wieder kein... Eisenmeer. So, jetzt haben wir zwanzig. Kann ich die in Ruhe bauen. Und platzieren auch. Also ja, packen wir die mal hier rein. Schnappen uns hier alles. Erst einmal. So. Äh... Da wäre der Pole im Weg, also... Würde ich erst mal sagen, so hier. Dann brauchen wir die Belts. Mal auf den Belts... Das Zeug halt besser fließt. So, da können wir uns auch ein bisschen verkünsteln mit den Belts. Wie gesagt, Eisen... ...leite ich erst mal hier runter. Oh, die Kante ist im Weg. So. Da haben wir Eisen schon mal. Dann mit der Kohle wollte ich folgendes machen. Ein bisschen komplizierter vielleicht. Allerdings auch ganz praktisch. Dafür bräuchte ich nur mehr von denen hier. Und... Ja. Die brauchen nur Stein. Also wie viele bräuchte ich von denen? Es waren sechs, also ja. Sechs brauche ich. Das heißt, wir stellen hier um auf die. Packen sechs hier von rein. Packen hier mal ein paar... Hier von rein, so. Also ein paar Eisenplatten rein. Schließen übrigens das mal wieder an. Und packen hier auch... ...Eisenplatten rein. Schnappen uns die Insurter. Ja, Öfen produzieren. Kostet nur Stein. Drei hab ich. Zehn hätte ich gerne. Ne... Also sieben. Fehlen erstmal noch. Und ja, ich weiß, ich könnte auch alles im Inventory kraften. Allerdings... Für was hat man Automatisierung? Wenn man es nicht nutzt. So. Und ja, ich lege das absichtlich gleich auf die... ...Eisenlein. Pack jetzt in jeden Insurter meine Kohle. Äh, in jeden Drill. So, und jetzt kommt Kohle an. So, es wird am Anfang recht ausreichend eigentlich. So, hier kann der Drill nix minern. Also, dann wird er hier minern. So, die brauchen noch ein bisschen, bis sie... ...genug Kohle. Drenn haben, aber jetzt sollte genug Kohle in jedem sein. Da ist genau ein bisschen was dran vorbei. Weil die Kohle brauchen wir jetzt nicht so viel wie Eisen. Also, wir können mit einem Kohle ja mehrere Eisen einschmelzen. Ja, zu dem Thema übrigens... ...Storm Furnaces. Das wieder abmontieren. Und das wieder abmontieren. Wobei wir die Strominsurter jetzt halt nicht so selber produzieren können. Also nicht automatisch produzieren können. So, wie sieht eigentlich unsere Stromkohle aus? Dann packen wir ein bisschen Kohle hier rein. So, das hier ist egal. Und da seht ihr Kohle... ...auf unserem Fließband. So, erstmal sollte das ausreichen. So, dann... Oh, da hat... ...Gier gefehlt. Egal. So, hier an der Schmelzstation... Äh, bringt mir nichts viel. Na gut, hier an der Schmelzstation müssen wir es mal überlappend machen. So. Gut. Und ja, auch so machen. So, drei brauchen wir noch von denen. Das heißt, wir brauchen mehr... ...Ironplates. Können hier die Ironplates gleich mal reinsortieren noch. Äh, das Eisenerz. Können auf der Seite jedem eine halbe Portion Kohle geben. Ja, am besten auch gleich. Ah, ihr habt dann auch keinen Strom. Also müssen wir hier auch nochmal ein bisschen tricksen. Du hast doch nicht genug Fließband. Was doof ist. So, vier Insurter brauchen wir noch. Äh, ja. Also was, stell du uns mal so Geowheels her. Packen wir das da rein. Packen wir das Eisen da rein. Dann schnappen wir uns die. So, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Eisen selber. Also Eisenplatten. Und fünf hiervon. Tja, Fließbänder wären auch gar nicht mal so schlecht. So. So. Also ja, ich werde die Eisenverarbeitung noch verschieben. Ich habe es jetzt für das erste hier hingesetzt. Oder ja, wenn wir irgendwann mal weitermachen, dann werde ich sie verschieben. Kupfer ist nämlich nicht so das Problem eigentlich. Wie sieht es hier drin aus? Auch hier habe ich leer gemacht. Gut. Ah, der letzte Mining-Duell für Steine. Dass ich auch die Steine wieder lagern kann. Dann das ganze Steinzeug hier rein. Wobei, so 30 Stück könnte ich gerade gebrauchen. Um dann Kupfer-Furnaces zu machen. Also werde ich dann auch erst mal das Kupfer los. Also hier wieder umstellen auf die da. Steine rein. Oh, wie sieht es hier aus? Hier werden Eisenplatten gebraucht. Und ja, dann habe ich auch irgendwann vor, das alles hier zu automatisieren. Können wir übrigens aus... ...Ivan-Bass-Transport-Bets und nochmal Eisenplatten-Underground-Transport-Bets bauen. Die bringen allerdings nicht gerade so viel, also dass sie uns... Wie soll ich sagen? Strecke sparen, also dass wir weniger Bets brauchen. Sie helfen uns halt nachher bei der Logistik. Und ja, wie ihr sehen könnt, wir bräuchten mehr Miner. Hier für Eisen. Hier für Eisen. Na, wir können ruhig ein bisschen enger bauen. So. Und so. Und ja, hier wäre eigentlich ein Merger praktischer als das Konstrukt, was ich gemacht habe. Also der Splitter hier. Splits and or Joints from Sport-Bets Cargo. Ah ja, jetzt sollten ein paar mehr Öfen hier oben Erz kriegen. Genau, mit dem Eisen können wir jetzt auch was anfangen. Also erstmal packe ich hier das Eisen-Erz, was wir haben, rein. So, ich kann zum Beispiel einen ganzen Stack hier reinpacken. Kann hier noch einen halben Stack reinpacken. Kann hier einen ganzen Stack reinpacken. Hier brauchen wir nichts mehr. So. Unsere Produktion läuft wieder. Das heißt, unsere Forschung dürfte auch bald wieder laufen. Die kann ich rausnehmen. Kann wieder sagen, mach mir die hier. Kann hunderte Stack reinpacken. Oh, läuft alles schön. Das Ziel wäre es jetzt eigentlich, die Produktion hier nach hier oben zu bringen. Und ja, noch ein paar mehr Drills anzuschließen. Eisen ist ja hier genug. Und auch natürlich die Kupferproduktion ein bisschen anzuschmeißen. Und dann halt die ganzen Fabriken hier oben nicht mehr mit Kisten, sondern automatisiert über das Fließband zu beliefern. Fürs Erste. Und dann das Ganze eben immer weiter vergrößern und vergrößern. Und natürlich immer weitere Forschung betreiben. Aber echt krass, dass Stahl schon jetzt so früh kommt. Aber ich hätte gar nicht mehr in Erinnerung. Gut. Ich würde sagen, dann speichern wir hier erst einmal. Das ist dann unser Let's Play. Dann machen wir ruhig 001. Speichern. Charakter can't be part of the file name. Okay. Also Let's Play 001. Save. Und dann gibt es hier erst einmal einen Cut. Hier könnt ihr mir ja den Comment schreiben, was ihr lieber von mir sehen möchtet. Vielleicht in naher, ferner Zukunft. Also Satisfactory oder Factorio. Da machen wir eine von den beiden Spielständen, die wir jetzt angefangen haben, weiter. Aber erstmal bis dahin. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.